Sehr einfach, so zu sagen, aber genau zu sehen, wie das geht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber es sind Unregelmäßigkeiten wegen dem Unterhebeln, diesen Hebeln hier. Die sind einfach zu schwer. Die sind viel schwerer. Und das hier ist eine ganz tolle Erfindung von Pfeiffer. Dass das überall genau der gleiche Tiefegang ist und gleich schwer oder gleich leicht. Und das Schwere ist halt der Unterhebeln. Es gab auch, glaube ich, ein Design für Flügel, oder? Ja, doch, doch. Ihr habt für Flügel so eine Taste, die für einen Flügel ist. Und der letzte war ein Pfeiffer, auch von dieser Firma, ein Pfeiffer-Konzertflügel für Professor Walter Beberg, der hier Rektor der Hochschule war bis 1932. Da ist er wegen den Nazis in die Schweiz gegangen. Und vorher war der Rektor der Musikhochschule in Stuttgart hier. Dann geht's mal nicht mit dem Zurschulein. Dann geht's mal nicht. Dann geht's mal nicht. Dann geht's mir so ein Pfeiffer. Vielen Dank.